Willkommen zu Mario Party 5 Erkältet Modus. Ja, wir sind beide etwas krank. Also ich hab Schnupfen, er auch. Ich weiß nicht ob er so stark gehusten hat, aber... Ja, ich hab schon stark gehusten. So, grad geht's. Wir machen natürlich da, wo wir stehen. Wir sind mit denen hier, du... Wolltest du doch Eishockey machen? Ja. Okay. Dann... Hoffentlich schmiert's nicht ab. Oh, jetzt hab ich auf No geklickt. Am besten wir uns doch da doch mal die Regeln an. Okay, die Regeln. So geht schon mal die Steuerung. Okay, man muss versuchen, Tore zu machen. Zeitlimit... Ja... Ja... Ja, aber Strategie... Wow, das war das beste Tutorial ever. Aber du musst Tore machen und du brauchst Strategie. Ja... Okay... Okay... Wenn man mal random... Wenn man mal random... Wenn man standard nicht group of Wii... Und zuerst jeder ein CPU... Und dann... Oder erst zusammen... Nee... Erstmal jeder ein CPU und dann zusammen... Ich will aber nicht den sie haben... Ah... Ja... Dann... Normal... Dreimal... Würde ich sagen... Ich hab das Minuten... Nein... Ja... Das ist in Ordnung... Ich geb hier einen Body Check... Hm? Nein... Lass mich in Ruhe... Nein... Lass mich in Ruhe... Okay... Ah... Verdammt... Da hab ich's gespannt wie mit gar nichts... Ja... Nice... Ne... Wunsch hieß ich... Passt doch... Upli... Aber ich will jetzt sagen... Das ist gar nicht mal so scheiße... Der Modus... Kann man jetzt zwar keine Stunde spielen... Aber... Für so ein bisschen ist es doch ganz in Ordnung... Oder? Hm... Das hätte man aber auch als Minigame machen können... So 2 gegen 2... Das... Das ist eigentlich gar nicht mal so... Unrecht... Nein... Okay... Alter... Ich dachte schon... Nein... Ich versteh das Spiel nicht... Ja... Doch... Ein bisschen... Brauchen... Man muss ja das ein bisschen eingewöhnen... Wann passt... Wann passt sie mir zu? Ja... Du... Achso... Ich weiß warum... Drei Spiel... Der Tor... Der Tor war da... Den kann man ja nicht steuern... Alter... Was war das für ein Tor... Ach... Schade... Nein... Ich weiß... Ich weiß... Was war das für ein Schuss... Sie... Nein... 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 Da ist sie... Okay... Gut... man das ist gerade so was machst du was mach ich nein dann hätte man vielleicht die störung ein bisschen einfacher machen müssen aber an sich als so mini spiel ah verdammt naja das macht gar nicht das macht echt fun vor allem wenn wir das eine minute machen würde das perfekt für ein zwei gegen zwei im spiel passen okay dann zusammen und sagen wir hat mich auf schwer machen 3 oder 5 5 reißen zu wenig wieso bin ich so mit diesem schwulen marion team was soll grad machen aber jetzt ist ungut wenn irgendein top kommt dann mach ich ein save jetzt passen verdammt passen war A oder ne passte ja pass war A da hab ich zurück anstatt B statt A das war jetzt ein bisschen chaotisch das haben sie gut gemacht ach verdammt das haben sie gut gemacht das ist das kann man doch nicht Eishockey nennen scheiße ich hab direkt in die Lüge reingepasst ach verdammt wird es passen oder auch so oh mein Gott Was war das? Warum hat meiner nicht angenommen? Was ist denn Teufel? Was? Ja, gleich. Nein, als ob meiner nicht. Warum dir? Ich verstehe es nicht. Meine rennt immer bald vorbei. Ich bleib mal neben dir. Hier, hier, hier. Die Fahrt ist ein bisschen zu brutal. Ja, Challenge. Oh, Mensch. Alter, ohne den Torwart hätten wir schon irgendwie 3-0, wären wir am verlieren. Nein. Komm. Ach, schade. Wie hat sich das gemacht? Weiß nicht. Wie bringt's voll da vom Tormann, vom Tormann da zu stehen? Du wirst ja noch voll in unser eigenes Tor schießen. Ja, ging aber noch irgendwie gut aus. Was? Alter, was ist mit dem Luigi los? Was? Woher schießt der hin? Was? Hier, nochmal. Shit. Wir versuchen, dass das jetzt dann, weil wir nicht so gut dahin kommen. Na, vielleicht mir passen, das wäre doch noch besser gewesen. Warte, ich renne hier eine Runde. Ich hab hier... Freilaufbahn. Ich hatte Freilaufbahn. Da ist es. Nein. Nein. Pfff. Alter. Wir können es auch gewinnen. Du schreckst den Torwart ins Tor. Ich... Oh! Oh! Was war das für ein heftiger Skill gewesen. Als ob der reinging. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Verdammt. Egal, Alter. Dieser Skill, der war schon wert. Oh, Mann. Ja, das kann nicht tun. Das kann nicht ständig passieren. Nein, 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 nein. Okay. Nein. Was? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich kämp' hier vom Tor. Nein. Nein, eins auf, Alter. Schnell. Schnell. Nein, eins auf. Nein. Okay. Was zum Teufel? Passen. Ja, oder so. Nein. Die ging schief. Nein. Schnellt sie jetzt ab? Ey. Na ja, haben sie ja gespielt. Ja, aber bis irgendein Tor. Und das letzte Tor war das Distanz-Tor. Beachvolleyball ist das nächste, oder? Ich dachte, der schmiert schon wieder ab. Und du? Na, nee. Ich schmiert hier immer so mal 15 Minuten ab. Mal gucken, wie die Regeln diesmal sind. Hit, boy, jump. Hit, boy, jump. Ich finde es aber besser, wenn A jump und B hitten wäre, gell? Auch hier wäre er wieder erst gegen... Zwei CPUs. Und... Mit wem willst du ein Team sein? Ui. Mal erst mal normal. Warte mal. Das normaler. Okay. Ja, da ist wohl. Okay, wir können ja mal alles ausprobieren. Erstmal mit dem normalen. Erstmal mit dem normalen. Zehn, fünfzehn, zwanzig. Fünfzehn. Fünfzehn. Ja, fünfzehn. Wohl, ich weiß nicht, wie viele Punkte es jeweils gibt. Wenn wir erst mal zehn. Ich habe die Befürchtung, dass man nur maximal einen Punkt kriegen kann. Und das kann dann eventuell doch schon etwas dauern. Okay. Hm, Moment. Okay, die Chance ist gewöhnungsbedürftig. Okay. Als ob. Ja, man kann nicht spammen. Kann man es doch irgendwie lenken? Ich drück A. Oder ist es vertauscht? Ich weiß nicht. Man muss ja immer abwechselnd machen. Nur wenn der Peach vorm Ball steht. Also wie springen wir? Ah. Ich glaube, man kann nicht springen, hm. Ah, man kann das steuern. Okay, das war sehr gut von Luigi gemacht. Ich glaube, wir sollten mal auf Easy spielen. Ey, der Luigi war voll im Weg. Ich habe es genau gesehen. Was für ein heftiger Beschiss eigentlich. Man muss ja immer... Man muss ja immer ein bisschen davor stehen, dass es genau, wo der Ball landen wird. Aber... Als ob. Jetzt bin ich davor gestanden, aber hat nicht geklappt. Hä? Das heißt, ich muss genau da hin und dann A drücken. Das haben wir echt. Dann müssen wir uns mehr aufteilen. Ich habe es an sich verstanden. Dann kann man nur den beiden mischen, wenn man genau da drauf ist. Okay, dann... Teamverteilung. Ja. Ja. So, jetzt kriege ich Luigi und dann beim nächsten Ball spielen wir zusammen. Jetzt haben wir den Bom-Bom-Ball und dann beim zusammen den Würf. Ich finde das Volleyball ist vielleicht nicht scheiße, aber ich finde einfach Hockey viel besser. Ah, man muss dafür... Ich glaube, wenn der Ball auf 0 geht, dann hat man ein Problem. Da wird es eher explodiert. Du willst doch damals einen Detonieren. Als ob ich... ... 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 Also manchmal kann man auf das gar nicht reagieren. Boom! Detonation. Ja, man muss das ein bisschen taktischer machen. Nein! Alter! Ja, da kommt nicht so die Taktik raus. Weil ich hoffe, dass wir es noch nicht so gut können. Ja, aber besser. Na komm. Ja, schon wieder. Aber Luigi müsste da doch eigentlich auch mal selber dran denken und da mal hochschießen. Aber das macht er einfach nicht. Der ist einfach zu dumm für dieses Spiel. Naja, das sagt der, der sowas macht. Ich bin einfach der, der es zwar taktisch kann, aber es nicht umsetzen kann. Aber Luigi ist halt einer, der kann es zwar tun, aber hat halt keine Taktik. Wir haben ja mal keine 15 Runden. Dann ist wir beide normal. Ja, nur normal. Also hart würde ich hier nicht machen. Die gehen ja dafür zu sehr ab. Ne, warte mal. Wir machen, wir sollten mehr Punkte machen. Man kann hier mehrere Punkte auf einmal ziehen bei diesem Würfelkack. Ich glaube, da machen wir noch mal 20. Denn das ist ja fast schon viel zu kurz. Okay. Du hast... Aber ich würde dir empfehlen, zu springen beim letzten Mal. Den hättest du mal. Ja, beim letzten Mal hochspringen. Zum Beispiel jetzt so und dann... Bäm! Jetzt ist es jetzt halt nur noch treffen. Ach, leck mich! Was ich dann muss? Ich auch nicht. Einer von uns war der Kratzer. Ja, das war noch... Das war noch mal mit 20. Den hättest du machen müssen. Ich weiß nicht. Aber das sieht man manchmal kaum. Dann sagen wir einfach ich oder dann sag ich einfach ich. Ja, aber manchmal, dann stehen wir dann so beide Sachen. Und dann kann man es aber nicht wissen, warte. Weiter haben wir selber machen halt nur so. Ich meine, die Punkte gehen ja doch recht schnell hoch. Ja, bei den Würfel vor allem. Wenn man ja sechs Punkte auf einmal machen kann. Okay, du wirfst, dann hol ich den Ball. Das ist doch egal, wohin der fliegt. Ne, wir sollten auch schon derjenige holen, der am nächsten ist. Was ist das jetzt doch kacke? Spring. Hä? Ja, natürlich direkt sechs. Ist ja klar. Die so was haben die überhaupt für ein Glück. Können die nicht mal eine Eins oder Zwei würfeln? Und hat der ja auch einen hohen Shit. Naja, zumindest fast nur eins. Eins auch kommen, den hätt ich nie bekommen. Ja. Das haben sie nicht schlecht gemacht. Ja, Sachs ist aber ein bisschen raus. Ja, kaum noch sechs. Man kriegt auch manchmal nicht genügend Zeit, um da sich einen Ort auszusuchen. Und ihr wisst, was ich meine. Was ich, wer muss? Da, wo der Sterne läuft. Ja, ich glaube schon ein bisschen... Noch eine Runde, würde ich sagen. Ja, noch eine Runde kann man sich noch gönnen. Weil wir haben jetzt gecheckt, dass das Sterbzeitbild dran ist. Hm. Okay. Ich will das die ganze Zeit nicht gecheckt haben. Als ob. Okay, jetzt guck. Mach du. Achso, aus! Ah, wer fiel uns mal erst mal nah. Guck, jetzt bin ich. Hm. Schau, wir dürfen auch nicht beide gleichzeitig, dann linieren wir uns nur gegenseitig. Hm. Wir können nur einer. Was findest du mehr Spaß, den Bom-Bom oder den Würfel? Den Bom-Bom. Und du? Oh, irgendwie beides, ja. Der Bom-Bom hat halt Taktik, hat nicht auch eine... Da wollte ich jetzt noch zu sehr einstellen. Hat auch nicht ganz gut funktioniert. Bäm. Du pfff. Oh. Okay. Ah, der... Der konnte das jetzt ganz gut kontern. Weil wir beide an einem Fleck standen. Das, das, das. Ups. Stimmt. Stimmt. Das wäre aus gewesen. Egal. Na komm. Man braucht ein CPO mit ihm. Das ist... Und findest... Was findest du besser? Ich fand, äh, den... Am besten... Karten-Eiser. Ich auch. Aber eins kommt noch. Und das ist... Das ist Karten-Spiel. Ich glaub, das ist Bom-Karten. Das dauert auch von allen am längsten. Ich hab's dir jetzt schon angeguckt. Du Spoiler. Das gibt's im nächsten Part. Ich sag, tschau Leute. Tschau. Tschau.